So, mal zum Set bitte. Und Action. Einmal Licht. Gerne. Mal mal einen Top-Spot bitte über Licht. Danke. Mehr, mehr. 1200. Ja, na, das ist doch schön. Ist die Maske fertig? Maske bereit. Ja, na, das ist doch schön. Ja, na, das ist doch schön. Ja, na, das ist doch schön. Schönheit. Das hat jetzt mit meinem Ressort recht wenig zu tun. Ich glaube, dass gerade ich dazu etwas sagen kann. Schönheit. Kann man sich kaufen, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Das spielt überhaupt keine Rolle. Damit haben wir nichts zu schaffen. Wir haben uns in dieser Sache nichts zur Schuld bekommen lassen. Finanzkrise finde ich ganz furchtbar. Das bereitet mir schlaflose Nächte. Es reicht einfach aus, also von Geld und so. Bin ich dafür? Kohle für Bier, eigentlich immer oder? Wir haben damit nichts zu schaffen. Ein konstantes Einkommen. Die Finanzkrise hat uns alle in ihren Fängen. Und ich glaube, dass wir besser heute als morgen handeln müssen. Es ist so, wir brauchen Kohle, ich brauche Kohle. Ja, was ich immer sage, das Geld hat es nicht auf den Bäumen. Aber auf der Straße liegt es. Das ist Internet. Nun. Bin ich an und für sich dafür. Finde ich nicht schlecht. XHTML. Das sind so Fragen für so kleine, weißt du, diese Informatik-Wixer. Ein RSS-Feed lädt uns alle Bilder rein und bam. Ich habe die Website gemacht, habe sie an den Programmierer gegeben. Was interessiert mich? Web 2.0. Flickern-Integration. Davon verstehe ich nichts. Gendern. Jeder hat eins. Wir stellen in unserer Firma grundsätzlich keine Geschlechter ein. Ob jeder auch eins hat? Wenn dein Geschlecht nicht mein Geschlecht ist, du aber glaubst, dass du weißt, was mein Geschlecht ist, ich dir aber sage, was dein Geschlecht ist. Bier in. Weiß ich nicht, was das Wort bedeutet. Da habe ich mir was überlegt. Nur leider habe ich es vergessen. Da möchte ich jetzt sagen, dass ich krank bin, also da möchte ich jetzt nichts dazu sagen. Ähm. Also ich finde, das Wort beschreibt ja sowas wie echt. Also wir sind alle echt. Aber wir leben in einer Zeit, wo alles so total unecht ist. Also tust du mir die ganze Zeit viel mehr oder was? Das geht nicht. Also ich glaube im Prinzip an einen Gott. Religion ist das Opium des Volkes. Wir als Christen brauchen so eine Kacke nicht. Geht nicht. Sonntag muss ich ausschlafen. Ich bin gegen die Religionsfreiheit. Kein Sex vor der Ehe. Ganz klar. In dieser Hinsicht haben wir ein absolut sauberes Portfolio. Nächste Frage. Da sehe ich mich und... Glob... Globbal. Es gab immer schon Erdrutsche, es gab immer schon Erdbeben, es gab immer schon Überschwemmungen. Warm. Ist eine große Lüge. Global erwärmen. Ich bin eigentlich schon für die Lovebreak. Denn es ist noch immer scheißkalt hier. Oh ja, darauf freue ich mich. Meinst du jetzt Ausländer? Ich mysteriere jetzt wie... Vorteile, Klischees, Geschlechterrollen. Ich überrasche jeden Tag oft neue. Du Fuzzi! Die sind doch alle gleich. Wer, wenn nicht die Minderheiten! Immer auf die Bladen Bier trinke! Unsere absolut coole Firmenpolitik beweist, dass wir mit dem Thema nichts am Hut haben. Ja, wenn denn die Minderheit das Geld hätte, wo wäre dann das Stereotyp? Wenn jemand behauptet, ich sei ein Grafikklischee, dann sollte er lügen. Alle Vorwürfe in dieser Sache sind völlig aus der Luft gegriffen. Ja, wenn man mich so sieht, dann würde man irgendwie sofort glauben, dass ich Tee dränge die ganze Zeit. Und das stimmt auch. An dieser Stelle steht sonst ein gutes Wort. An dieser Stelle steht sonst ein Blick, der mehr sagt als tausend Worte. An dieser Stelle steht nichts. An dieser Stelle geht das Leben einfach weiter. An dieser Stelle steht nichts. An dieser Stelle steht nichts. An dieser Stelle steht nichts. Nichts. An dieser Stelle steht nichts. Untertitelung des ZDF, 2020